Wie das funktioniert und wie das abläuft und auch was ich nach dem Studium für Aussichten habe. Ich habe vorher Mechatronik zum Studieren und ich bin mir noch nicht ganz sicher wo. Also ich würde gerne wissen, wie viel man hier selbstständig arbeiten kann und ob man hier auch eigene Projekte verwirklichen kann. Wie man unterstützt wird finanziell bei einem Auslandssemester. uals-Quizze Zither Harp Torff 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 Torff